So, einen wunderschönen guten Tag. Hallo, moin moin zusammen. Ich bin Georg. Ich bin Kai. Und ich bin die Sabine mit einer leckeren Käse-Sahne-Torte. So sieht man mehr. Man muss ja wirklich an, Sabine. Das riecht so, was steckt da drin, dass das so unfassbar lecker riecht. Ich habe heute Morgen einen leckeren Biskuit-Boden selbst gemacht, gepackt und dann die Käse-Creme angerührt mit Quark, Sahne, Bourbon-Vanille. Also das ist mega lecker. Das stimmt. Du musst auch schon wieder naschen, ne? Ist doch wirklich lecker. Cooler Zucker-Oben drauf, um die Kalorien noch ein bisschen aufzunehmen. Richtig so. Wir können es vertragen. Echt? Ja, können wir. Deswegen habe ich nämlich gedacht. Sehr charmant. Ist so, ne? Ist so. Man sieht ja übrigens auch, wenn man das so im Original, in so einem Fernsehen, man sieht ja auch 20 Kilo schwerer aus eigentlich on top. Genau, jetzt habe ich gedacht, oh mein Gott. Wie unterernährt der Mann. Es wird Zeit. Es wird Zeit. Also wir freuen uns mega schön darüber, aber das soll es ja nicht sein. Ich denke, zu jedem Stück gibt es auch das passende Gegenstück. Kai, zeig das. So, zeig mal. Der Gutschein, der berühmte 20 Euro Gutschein für die leckere Torte. Das heißt, wir tauschen einfach. Ein Traum. Guck mal, ich komme mit meiner Hand zu den Räumen. Pass los auf. So rum. Super, das freue ich mich, mega. Bis dann, ciao. Ciao. Das ist ja. Ja, gut, das war es dann auch schon immer. Herzlichen Dank, das war es. Ciao. Er denkt jetzt, Opa denkt sich auch, ich habe einen Kuchen, ich verpiesel mich jetzt gerade. Sie sagt, ich habe einen Gutschein, lasst mich in Ruhe. Jetzt stehe ich alleine hier, was soll's. Ich denke, ich habe einen Kuchen, ich habe einen Kuchen, ich habe einen Kuchen.